Hallo liebe Freunde der Online-Unterhaltung und willkommen zu einem moderne neuen Part von Let's Play Rogue Company. Heute beginnen wir wieder mit einer Runde Hardcore-Zerstörung auf der Map Icarus. Und das ganze mit Dallas. Ja. Okay. So und ich habe die Bombe. Oh, verdammt. Oh, das ist nicht gut, Freunde. Oh, ich will die Bombe nicht. Gut, dann bin ich aber zu hart. Move here. Group up. So. Heiß up. Schuss! I'm playing the bomb Nein, 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 bleib hier, bleib hier, bleib doch hier, ah, gut Okay Geschafft, nice Sehr schön Sehr, sehr schön So, jetzt hole ich mir die 30 Kais Und dann hole ich mir noch die Brandskanzen Und gleich noch das erste Update mit dazu So, unser Kollege will zu A Oh, okay Dann gehen wir zu A Lethal out Bombs active Don't let them disarm it Oh, okay Oh, okay Gut, 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 gut Gut, oh, weg, 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 weg Ah, gut sehr gut sehr sehr gut okay so weit so gut so weit so gut dann hole ich mir ja doch 25 extra rüstung die sind dann doch ganz nützlich so und wieder zu ara okay Okay. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Und man kann die Rüstung sogar reparieren. Okay. Sehr gut. Ich will die Bombe nicht. Aber ich will den erhöhten Schaden auf Distanz. Ja gut, und das auch noch. Gut, raus. Wieder zu A. Okay. Nein, 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 mach es nicht. Oh. Oh ja. Ja. Shit. Ja, das ist ein gut. Oh, nice! Das letzte Upgrade für das Sturmgewehr. Ja. So, damit sieht es schon echt nice. Runter geht es. Und anscheinend gehen wir wieder zu A. Das ist interessant. Immer nur zu A zu gehen, ist aber nicht die Lösung, Freunde. Oh nein, und schon gar nicht, wenn ich das gesamte Team zu A geht. Ah ja. Oh nein. Okay. Shit. Ja gut, die Runde haben wir dann verloren. Schade. Aber... Es gibt Schlimmes. Die eine Runde verloren, gut. Ja, macht nichts. Dafür punkten wir dann wieder in der nächsten. Hm. 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 Ja. Aber es war gut. Es war eine gute Runde. So. Eine noch als Angreifer. Hm. Hm. That'll do. Move here. Hm. Hm. Like you are. Go here. Hm. 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 Und wieder zu A. Ei, 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 ei. Hm. Ich mein gut, warum nicht? A ist jetzt nicht schlecht, aber... Group up. Immer zu A zu gehen. Hm. Ah nein. Sag nicht, dass wir jetzt einen Disk haben. Okay. Weg da. Weg da. Auf soll ich fahren. D duct sie in Schwe LOLt. Weg da hier. Da. Geh hier. Geh hier. Ich plantiere die Bombe. 45 Sekunden left. Wir haben die Bombe. Sie schützen sie. Lethal aus. Was ist das? Was hast du erwartet? Mom, detoniert. Alles gut, Team. Nice. Nice, nice, nice. Sehr schön. So, jetzt Defense und... In der Defense... Ach komm, ich nehme nochmal Dallas. Warum nicht? Warum auch nicht? Äh, ich nehme nochmal Dallas und... Ja, ich nehme nochmal Dallas. So. Lass ihn ab, knack ihn runter. Gut, dann. Das und dann hole ich mir gleich die Brandgranate. Direkt zu Beginn. Ähm, so. Was haben die Gegner? Saint, oh Saint ist nicht schlecht. Saint und Hela ist für uns eigentlich auch nicht egal. Ja, das ist... Jetzt ist das auch schon egal. Franchise eher ein Verteidiger. Er hat aber eine verdammt starke DMR. Ich werde aber jetzt irgendwie nicht auf die DMR gehen. Okay, rüber. Okay, rüber. Ich werde jetzt auf die DMR gehen. Also. Yo! Alles. Okay, Freunde. Verteidigen ist viel schwerer. Alles anzugreifen. Das hat er niemals geschafft. Und jetzt habe ich doch tatsächlich... Jetzt habe ich doch tatsächlich kein Geld mehr. Oh, wow. Wow. Naja, man muss das Beste aus der Situation machen. So. Move here. Mhm. Okay. Oh. 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 Nicht gut, absolut nicht gut. Das war ein Explosiv. Okay, losing his match point. So, boin 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 boin. We do the test to be. Ja. Ja. Egal. Ich mach ihnen einen Schatten. Und das ist gut. Geh nicht. Geh nicht. Ganz ruhig. Oh. Gut. Sehr gut. Ah. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ah. Da. Okay. Okay. Da ist die Action am Start. Ist sehr gut. Ganz ruhig. Okay. Und das war's, Freunde. Nice. Nice, nice, nice. Okay. Schöne Runden. Sehr, sehr schöne Runden. Ähm... Ja, dann... Würde ich sagen... Hm... Okay. Dann... Würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei der nächsten Runde wieder. Bis gleich. Und schon sind wir wieder in einer Runde drin. Wieder im Modus Hardcore Zerstörung. Immer noch mit der gleichen Gruppe wie gerade eben. Weil die waren echt gut. Die waren wirklich, wirklich gut. Die waren wirklich, wirklich gut unterwegs. Und im Bergschloss ist Dallas natürlich auch wieder so eine Überlegung wert. Und zwar mit der DMR. Obwohl... Nein, nicht mit der DMR. Trotzdem mit nem Sturmgewehr. Attack. Pick a sight and plant the bomb. Weil, ähm... Großen Schaden auf Distanz machen kann ich mit, ähm... Dings mit, 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 mit dem Revolver auch. Und so auf eine, sagen wir mal, kürzere Distanz ist man dann so ein Gerät, was schnell fallen kann, doch lieber. Ja. Gut Freunde, da ist heute... Unser Dallas Tag. Auch nicht schlecht. So. Und wir greifen an, Scorach hat die Bombe. Okay. Mmmmm... All right. Thinking that'll work. So... Go, uh, go here. Go here. Plant the bomb out of sight. Affirmative. Move here. Okay. Hey. Ah, ja. Pass auf. Lethal out. Ah, shit. Verschmissen. Ah, verdammt. Move here. Oh, shit. Oh, shit. And now, let's go. Ah, shit. Oh, okay. Okay. Hmm, I reckon that'll work. The bomb has been dropped. Oh, no. The bomb dropped. I have the bomb. Keiner will die bomb. Kennt man. Die Situation kennt man. Und jetzt? Okay, ich gehe außen rum. Lethal out. Gotcha. Lethal out. We've armed the bomb. Defend it. Move here. Move here. Go here. Get me up. Move here. All targets eliminated. Great work. Sehr, sehr schön. Okay. Und ich... Aber ich will das Sturmgewehr. Oder Maschinengewehr. Sturmgewehr. Und ich will... Und ich will... Tschau. So, wo hin will er jetzt? Er will wieder antäuschen. Lethal out. Gotcha. Move here. Okay. Aber ich will... ... ... ... Ich bin schon wieder! Ich bin schon wieder! Ich bin schon wieder! Ah ja. Oh, shit. Ah, ja, ja. Schade, schade, schade. Okay, ja. Schade, aber das war schon nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Ich denke, das wird funktionieren. Schade, schade, schade. Kontrollen. Kontrollen. Ah, ja. Jaa, Boots. T-minus 45. Move here. Go here. 30 seconds remaining. Need help. Ten seconds remaining. The bomb has been dropped. I have the bomb. Need to go faster next time. Get me out. Verdammt. Verdammt. Right you are. Hm. Weißt du was, ich hol's mir. Okay. Zoom. Move here. Move here. Roger. Lathal out. Lathal out. Need a hand. Move here. Nein. Oh wow. Fuck shit. Oh verdammt. Oh shit. Oh, das war nicht gut. Das war absolut nicht gut. Ah, ich wollte eigentlich Scorch aufheben, aber der hat die Seilerutsche vernommen. Das war natürlich dann nicht so eine tolle Aktion. Ah verdammt. Lathal out. Lathal out. Lathal out. Ying. Lathal out. Shit. Ja. Ganz ruhig, der ist da. Also ich darf mich jetzt eigentlich nicht bewegen. Und er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Oh ja. Oh okay. Oh okay. Hab schon verstanden. Ja. Phantastisch. Phantastisch. Ja, okay. Ich sollte... Nein, ich nehme nochmal alles. Also Gegner aufzudecken ist ja an sich keine schlechte Fähigkeit. Ja. Verdammt. Und wenn es ganz blöd läuft, haben wir jetzt einen Disconnect. Das wäre nicht gut. Das wäre absolut nicht gut. Ich denke, das wird funktioniert. Hm. Ich gehe auf jeden Fall zu B. Dann sind wir mal weiter. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Tja, irgendwo wird es losgehen. Irgendwo wird gleich die Party abgehen. Das ist ja nur die Frage, wo. Anscheinend nicht hier. Ah, shit. Shit. Ah, verdammt. Ja. 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 Geht halt. the enemies detonated the bomb regroup and try again Schade, schade, schade. Ich denke, das wird funktionieren. Den habe ich gesehen. Drei, zwei, eins. 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 Ich bin hier. Lethal out. Enemies, go here. Enemies have armed the bomb. Disarm it. Enemies spotted. Go here. Bomb spotted. It's up. Lethal out. Don't stand too close to the flame. Don't stand too close to the flame. It's over. Ich habe gerade F gedrückt. Ich schwöre, ich habe gerade... Ach, verflucht. Ja. Na ja. Gut, Freunde. Das war's dann mal wieder. Mit einer Runde Rook Company. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.